Ich hatte eine sehr krasse Unersättlichkeit, die schon so neurotisch war. Also immer mehr, nie zufrieden. Es gab irgendwie so eine innere Leere, was ganz mies war. Was immer irgendwie gefüllt werden wollte. Und dadurch kommt so ein ständiger Hunger. Das habe ich nicht mehr. Wenn ich in mich reinschaue, ist es weg. Aber da ist was anderes. Wenn wir uns irgendwo wieder sehen, ist dann alles noch ganz genau so. Wenn wir uns irgendwo wieder sehen. Und wenn du irgendwann vor mich stehst, ist dann alles noch ganz genau so.